Habt ihr eine Favoritin? Ja, meine Favoritin ist Simone. Ich habe die auch ausgesucht für meinen Job. Ich fand, die hat das auch bei mir alles so super toll gemacht. War auch total gut mit ihr zu arbeiten. Eine ganz liebe... Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen befangen. Und hat Heidi eine Favoritin? Ich sage dazu nichts, weil dann heißt es wieder, ich halte mich für eine andere. Und dann heißt es wieder, ich war anderer Meinung. Also ich sage mal so, So, letztendlich soll natürlich irgendwie die Beste gewinnen. Wir warten auch mal das Finale ab morgen. Es kann ja auch sein, dass die anderen noch einen Riesensprung gemacht haben und dass die morgen alle umhauen und irgendwie wahnsinnig abliefern und Simone dann irgendwie hinfällt. Es ist ja auch wirklich so, dass in dieser Sendung, da passiert ja auch noch unglaublich viel. Also die müssen ja auch unglaublich viel da noch machen und von daher kommt es schon auch darauf an, dass sie da noch abliefern. Also man muss schon noch mal gucken morgen. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen irgendwie... Aber ich sage mal so, für mich war Simone auch da in dem Job und im Casting am besten und ich bin schon ein Fan von ihr. Also ich würde dir das auf jeden Fall wünschen. Und ich würde sagen, Vielen Dank.